Ganz kurze Mini-Informationen, weil mich ja nicht alle über Facebook verfolgen. Mein Facebook-Link ist übrigens unten. Die Leute, die sich für den Mixer interessieren, und zwar für diesen Harexgoer, das Video zu dem Test, postet ich euch nochmal oben in den Infokarten, der meiner Meinung nach wirklich absolut gesehen beste Mixer. Der Harexgoer hat zur Zeit drei Mixer, die gebraucht sind auf ihrer Webseite. Der eine ist, glaube ich, schon verkauft, genau, und zwei sind noch da. Und die kosten nur 357 Euro, und dabei ist der Mixbehälter auch neu. Das heißt, nur der Motorblock ist gebraucht, und es gibt immer noch fünf Jahre Garantie da drauf. Und die kosten nur 357 Euro, komplett mit Mixer. Ich habe euch die Links zu den zwei Sachen, die noch da sind, unten hingemacht. Das heißt, wer mit dem Gedanken spielt, einen Harexgoer zu kaufen, kann mal hier schauen. Also ich persönlich würde sofort zuschlagen, weil das sind über 200 Euro Ersparnis zum Neu-Mixer, und du hast trotzdem fünf Jahre Garantie und einen neuen Mixbehälter. Nur was zur Info, kurze Info, unten alles da.